Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist bemerkenswert, welchen Aktionismus der Altparteien ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum bereits seit fünf Jahren laufenden PSPP-Programm auslösen konnte. Inzwischen liegt uns sogar eine Liste des Bundestagseigenen Europareferats vor, die dokumentieren soll, wie akribisch man sich hier im Hause doch um eine Kontrolle der enormen EZB-Macht bemüht habe. Interessanterweise beinhaltet diese Liste seit 2017 sehr viele AfD-Initiativen, die Sie allesamt abgelehnt haben. Teilweise wollten Sie sie gar nicht zulassen. Doch nun, gegenüber dem Gericht, will man damit eifrig offiziell dokumentieren. Der Bundestag sei der vom Gericht geforderten Integrationsverantwortung doch ganz klar nachgekommen. Acht von elf Plenardebatten zur EZB-Politik fanden aufgrund von AfD-Initiativen statt. Sieben von zehn einschlägigen Anträgen stammen alleine nur von unserer kleinen Fraktion, ebenso sechs von elf einschlägigen Anfragen. Von der Bundesregierung dagegen kam praktisch gar keine Aktivität. Wenn Bundestag und Bundesregierung die absehbaren Folgeklagen zu PSPP in Karlsruhe bestehen sollten, dann könnte das durchaus auch an den von Ihnen zutiefst abgelehnten AfD-Anträgen liegen. Doch geschenkt, Sie haben sich formell nun endlich um die geforderte Verhältnismäßigkeitsprüfung bemüht, wenn auch fünf Jahre zu spät. Und vor allem ungenügend, denn spätestens seit 2015 war klar, dass OMT und PSPP letztlich die deutsche Haushaltssouveränität aushebeln. Der Bundestag hätte die Billionenentscheidungen, die eben hier klein geredet wurden, viel früher nicht nur auf Verhältnismäßigkeit prüfen müssen, sondern dazu vor allem verbotene monetäre Staatsfinanzierung feststellen müssen. Die Integrationsverantwortung, der Integrationsverantwortung werden wir nicht mit einer von Karlsruhe erzwungenen Eildebatte zu PSPP gerecht. Und es genügt auch kein unverbindlicher monetärer Dialog in nichtöffentlichen Zirkeln oder gar über unsere Geheimschutzstelle, wie ja Montag geschehen. Schon im Lissabon-Urteil des BVG von 2009 steht, ich zitiere, die rechtliche und politische Verantwortung des Parlaments erschöpft sich nicht in einem einmaligen Zustimmungsakt. Nur regelmäßige Debatten hier im Plenum mit der Möglichkeit zu Beschlussanträgen noch vor der Umsetzung neuer EZB-Ankaufprogramme erfüllen unsere Verantwortung. Genau dies beantragen Kollege Peterka und ich, die AfD-Fraktion, heute. Leider steht dem Gemeinschaftsantrag der Altparteien dazu nichts. Der FDP-Einzelantrag dagegen, ja, der enthält auch unsere Dauerrede. Hier werden wir zustimmen, auch wenn unser eigener Antrag noch etwas weitergeht. Das aktuelle PEP-Programm der EZB mit Volumen 1.350 Milliarden Euro werden wir gerichtlich prüfen lassen. Der Rechtsauffassung monetäre Staatsfinanzierung haben sich neben der AfD-Vertreter völlig unterschiedlicher Gruppierungen angeschlossen, darunter die ehemaligen Chefvolkswirte der EZB, Issing und Stark, Ex-Bundesbankpräsident Schlesinger und sogar ein von den Linken bestellter Sachverständiger sowie das Bundestagseigene EU-Referat. Seit wenigen Tagen liegt nun die seit fünf Jahren vermisste Dokumentation der EZB zur Verhältnismäßigkeit von PSPP vor. Ich stelle fest, dass diese zuerst den Medien zugespielt wurde und erst sehr spät über die Geheimschutzstelle uns Abgeordneten leider eine übliche Unsitte. Inhaltlich kommen wir der Prüfung von PSPP zu einem anderen Ergebnis als die EZB. Die Folgen der permanenten Manipulation der Staatsanleihenmärkte sind für Sparer, Rentner, Mieter, künftige Steuerzahler sowie für Immobilienkäufer verheerend. Es droht das künstliche Aufblähen aller Vermögensmärkte. Die Nullzinsen führen zur Zombifizierung der Wirtschaft, zudem zur Umverteilung von Arm nach Reich. Am Ende steht eine Depression, ganz zum Schluss gar ein Währungscrash. Unserem Ergebnis vernichten die Abwägung PSPP-Billionen gegen all diese Nachteile, teilt übrigens auch eine neue Studie der Commerzbank. Daraus zitiert, insgesamt bleiben selbst auf der Grundlage von Studien der EZB Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Anleihekäufe. Es ergeben sich aus den Käufen große Risiken für die Finanzstabilität. Das sagt die EZB selbst. Sie betont, dass die negativen Auswirkungen einer expansiven Geldpolitik mit deren Dauer zunehmen würden. Genügend Gründe also, und damit komme ich zum Schluss, diese Auswirkungen nach inzwischen zehnjähriger Dauer immer kritischer zu beobachten, zu bewerten und zu stoppen. Nachdem der Präsident anmannt, mein letzter Satz. Ich protestiere gegen die völlig ungenügende Behandlung dieses Billionenthemas im Bundestag in absurd kurzen 30 Minuten. Herzlichen Dank.